Hi Leute! Heute geht's um dein Gesicht, um körperliche Veränderungen. Alles ist Geometrie. Alles ist Symmetrie, Harmonie, Inter Natur. Und dein Gesicht auch, ist dir schon mal aufgefallen, gerade in Reinigungsprozessen. Arno Lerit hatte auch mal darüber geschrieben, wenn du emotionale Reinigungen durchmachst, körperliche Reinigungen durchmachst, dann verändert sich dein Gesicht, zum Beispiel auch beim Fasten. Ich bin gerade auch noch am Fasten. Das Gesicht verformt sich teilweise stundenweise. Du schaust in den Spiegel, du bist ein anderer Mensch. Ein paar Stunden. Und je nachdem, wie du dich veränderst, die Symmetrien werden ausgeglichener. Du siehst ja auch schon bei Menschen, die zum Beispiel eine körperliche Behinderung haben, oder geistig. Das sind oft sehr starke Disharmonien, Disbalancen aus dem Gleichgewicht, Verzerrungen. Und dementsprechend, wenn du auch wieder dich immer mehr ins Gleichgewicht bringst, auch dein Gesicht verschiebt sich wieder. Das kann auch passieren. Ich möchte es nur erteilen, diese Erfahrung, dass du mal wieder siehst, was da... Das kann sein, dass du während dem Fasten, wenn dann Heilungsphasen sind, dass dein Gesicht sich verschiebt in der Zeit. Dass Dinge ein bisschen anders ausschauen in der Zeit. Und dann, wenn es sich wieder richtet, wieder ins Lot kommt, dann entsteht eine ganz andere Symmetrie. Und das sind Feinheiten, das sind feine Sachen, die kommen dir auf den ersten Blick nicht vielleicht. Alles hier in der physischen Welt ist Geometrie, ist haarfeinste Abstimmung, haarfein. Und das ist zum Beispiel, wenn du ein Fahrrad hast, kennst du das vielleicht. Auf den ersten Blick steht da jetzt ein ganz normales Fahrrad, schaust du an und dann fährst du mal mit. Und dann merkst du, ob manche Dinge sind nicht ganz so reibungsfrei. Und dann hast du vielleicht nebendran ein Rennrad. Alles haarfein, neu eingestellt. Top, Top-Qualität, Millimeterarbeit. Und je nach Maschine geht es noch in ganz andere Bereiche. Das läuft so reibungsfrei. Du trittst einmal in die Pedale und es rollt weiter. Und dann ist vielleicht auch noch gar kein Widerstand mehr auf der Straße, weil es perfekt asphaltiert ist. Und dann merkst du, hey, alles ist Geometrie. Und es sind Nuancen. Du siehst vielleicht bei dem Fahrrad nicht auf den ersten Blick, wenn dein Blick dafür nicht geschult ist. Oder vielleicht Unstimmigkeiten sind. Das mögen ein paar kleine Zacken sein. Ein paar kleine Zacke, die Disharmonie reinbringen. In dem Zahnritzel, wo die Kette drauf läuft. Kleine Disbalancen. Und so ist es auch in deinem Körper. Du wirst merken, wenn du deinen Körper immer mehr ins Gleichgewicht bringst, irgendwann läuft der reibungsfrei. Nicht wie so ein Panzer, wo dann irgendwie ... Irgendwie alles total schwer und träge läuft. Deine Maschine ist so eine haarfein abgestimmte Mechanik. Haarfein abgestimmt. Reibungsfrei nahezu. Deine Gelenke funktionieren wieder anders. Und dein Gesicht, deine Hände, die ganze Geometrie kommt wieder in ein anderes Bild. Du gehst anders, du läufst anders, du redest anders, du sitzt anders, du sprichst anders. All das verändert sich, wenn der Körper wieder ins Lot kommt, wenn der Körper sich wieder reinigt. Das geht damit einher. Und das wollte ich nochmal heute teilen. Das ist ein wichtiger Punkt. Du kannst es auch selber beobachten in jedem Teil von deinem Körper, wie die Symmetrien sich verändern. Das ist ein interessanter Punkt, deswegen wollte ich es teilen. Dich auch Wissen erfahren lassen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann kommentiere unten drunter. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir solche Infos gefallen hat, fände ich öfter solche tieferen Punkte, was solche expliziten Themen anbelangt interessieren, dann schreib unten drunter, kommentiere, gib einen Daumen nach oben vor allem. Und teile das Video, abonniere den Kanal und dann mach's gut. Und ich wünsch dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.